Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Part von Fire Emblem 8 des Tick Redstone Letztes Mal konnte man die Gefahr irgendwie noch verhindern Die Tragödie Wie auch immer und ich hoffe das können wir jetzt auch weiterhin Erstmal Efraim für das Geht jetzt ne Axt Dann kann man nicht erstmal den Bogen schützen Der Quasiche Oma alles, der schafft das auch Ohne Probleme Was ich sehr gut finde So, jetzt kommen wir noch mehr Ja Die Arche muss erstmal feiern Ist gar nicht so weit, warum nicht Hier kommt sie ran, sehr gut So Offenlevelhood, hey Sind aus, ok, G und A Dann, Vanessa wird sich mit dem Tick-Tron, würde ich mal sagen Fries reicht nicht Oh, mit dem Eisenschwert, ok Giftschwert, und ich hoffe das wird nicht beliftet Ok Gut Gut Dann Dann Bitte mehr können wir auch mal hier unten hinstellen Oder eigentlich Nichts tauschen Dann 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 Ja Dann 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 unten haben nur eben Kanna, weil wir das Pili-Shirt Kanna wäre gut für den Boss, weil es eine gute Persistenz hat aber fernwaffe, ne? ich gucke einfach mal, wie ich den Boss besiegen könnte ja, gut Schaden machen ich mach zu wenig wie machen wir das denn jetzt alles? ja komm zu Barhand Eisenbogen auf den Weg Amy auf den Weg nicht getroffen, natürlich 85% ähm dann was glaube ich der greift ja an oder? und da ich glaube mal, wie viel Schaden macht aus dem Typen überhaupt ähm ich könnte quitten das gerade wovor ich Angst habe da ja komm, sie legt den um hm, das war einfach und sie ist Level 7 und sie ist Level 7 ok, Pinum 1 sie kann sich mal sie kann sich mal oh wow ok 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 tana ja das ist eine Langsperre ja, kannst du gut kann sie sich wehren, falls sie angegriffen wird das wäre fair, ne? sooo 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 wie den würde ich da nicht hinstellen was 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 kommt jetzt an den Typen ran mal guck mal eine gute Chance hm hm ich schieb mir das erstmal da hin eigentlich wie der Helepater im Hofbeil dann geblutet nach hier warte mal wo ist noch? ja Amelia ja dann Gerwig den Bogen den Typen abschießen so dann Haltblute Amelia ja ist wohl nicht viel aber muss nicht sein der Schaden der muss nicht sein äh Eva macht eine Beschwörung und der schützt sich dahinten und der schützt sich dahinten gm wartet Amelia sichert sich immer den Gang ja das war klar und vormake kann man bis jetzt noch vorn kommen ach den Lack habe ich ja nicht gesehen das ist immer richtig was haben wir hier noch der nächste Witter und 5.000 Gold und Stärkung ok äh ok boom ok ok oh mein Gott ok danke sagen ihr verrieben kommt da um echt super klar alleine sag dich und dann wurde er getroffen von einem guten Sex er hat sich der Typ hat es ja auch da Waffenvorteil ok ok level 8 zu geile Werte ok der wird nicht treffen das war klar und er ist fast down gegangen und yes ein Quid und der ist down mal der 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 Ha, das Phantom nicht getroffen, aber er hat es getroffen. Äh, he he he, ein heiliger Stein verbleibt. Sobald er zerstört ist, wird die Welt von Dunkelheit verzerrt werden. Was wirst du tun? Wirst du dich vor Feucht in die Schatten, in die Schatten kauern? He he he. Ja, das war jetzt ein Spruch, wenn ich mich das erste Mal angreife. Der ist an das Phantom. Ja, da war das Phantom ausgelöst. Aber okay, von mir aus. Ähm, reich aus, danke. Ach, der ist tief, ey. Wieso versucht ihr es überhaupt? Komm schon, jetzt kriegt ihr ihn down. Jetzt kriegt ihr ihn. Yay, habt's drauf, man. So ein bisschen. Gut. Gut, 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 gut. Muss mir irgendwie nicht jetzt hier ein bisschen geholfen. Mann, Leute, ihr seht echt nicht gut aus. Äh, von General, what? Das gefällt mir jetzt aber überhaupt nicht. Ähm, nee, nee, kannst du den Typen da ausloggen? Ja. Boom, boom. Boom. Okay. Gott. Hm. Was? So wie geht nicht, achso, das was steht noch hier Dann, ja, dann müssen wir mal den Weg hier frei Was? Was ist denn hier mit Eisenbogen? Ja, lieber das Wurf, weil da kannst du dich auch mal werden So, du machst den jetzt down Dam, 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 dam Und ich würde sagen, wir versuchen einfach diesen Typ voll zu erledigen In diesem Weave gibt keinen Bock mehr Einfach mal AP, 2x7 1x9 Und die Glinde? Uh, das ist nice Ja, da, 20 Quitschance Aber warte mal, welche mit Tannachbohrschwäche Den Langsperr Der hat aber auch 15 Schaden Und das ist nur noch Assistenz 11 nur Sie hat sogar mehr 23, er will nicht so viel Schaden bekommen Ich kriege die hier an Komm Okay, Moment Dann kann er Komm, wenn das Eisenschmerz Hol mal die hier weg Oder auf jeden Ja, hol doch Mädchen Ja, sieht schon fast aus wie ein Junge Okay Ich hoffe, solche Klassen gibt es nur als Mädchen Aber Vielleicht habe ich mich auch gehört Aus diesem Marlock Glaube ich So Eva, was würdest du denn hier so ausrichten gegen den? 2x4 Würde dir aber auch nicht viel Schaden machen Luna Oh Ja 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 Ich bin ja nicht, ob die Mission endet Oder wenn der Besiegt ist Ist irgendwo Status Oder besiege Reef Okay, dann endet das Ich bin ja jetzt am Pisten aber Irgendwie Was für Nektar ankommt wird so ewig dauern Daher sage ich Würde ich sagen, wir versuchen jetzt einfach Diesen Kerl zu besiegen Ähm Wie wird es eigentlich bei dir aussehen Steuerschwert 18 Quilchons hat ja hier sogar Steuerschwert Oh, warte mal was ist? Ne, oh Hier ist Weave, schade Na komm, wir machen es so Neu schwächt Warte mal, weiss ich was überhaupt 7 Flachs macht 2x4, 8 Dann hat er noch 41 Die Gelinde macht wieviel Schaden 42 insgesamt Und Gut, wenn alles klappt, geht ja dauernd Wenn Ja Ich sehe Ich sehe es auch an Ähm 2x4, 75 Das könnte daneben gehen Und dann Mache ich ein Problem Mache ich jetzt Mache ich jetzt Whisky oder Mache ich kein Whisky? Dann hat Ewan gegen Ewan gegen die anderen hier nämlich ein Problem Ok, ich hoffe genau Wann das Fahrrad tut Wird wohl nicht ausreichen Wird vielleicht Wird er hier quittet Wird jetzt überleben Ich machs, komm Komm Ewan Da war 1 Ja, das ist ok Und Komm schon, noch ein zweiter Yes Weave dein Jetzt hast du Jetzt hast du Es ist vorbei mit dir Ja Komm Ja Wenden das Die Gelinde 2x21 Ich kann immer noch quitten Das wäre Das wäre Die Ende Wie man gerade auffällt Stimmt Marika könnte auch quitten 4x9 10x0 Wer wäre viel zu schlafen Ich habe gerade etwas verrutscht Jetzt habe ich eh mal angreifen müssen Jetzt habe ich eh mal angreifen müssen Ich könnte jetzt mit Geric Hier noch den Vielleicht machen Dann könnte ich mit Eiric Auch hier hin Dann könnte jemand hier Dann könnte ich noch hier Hier jemanden hinstellen Und man Na ne Doch Ja Geric Ja Doch Ja Hau der mal um Der steht auf Der steht auf Jetzt wird auch noch so ein kleines bisschen Jetzt kann ich mit Geric Natürlich bis dahin Das könnte ihm 2x10 Schaden machen Wurde Eigenstock von Siegelinde ausreichen Problem ist Auch hier hat er eine hohe Quitschance Wie sagt er so eine hohe Quitschance? Der Typ Ich 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 riskiere das jetzt Ja Komm 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 Nicht quitten Weg Nein 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 Das ist so lange her Ich ließ mich treiben Ich sollte besser aufhören Mich für den Moment zurückziehen Folgt mir Komm in den düsterweit Dämonenkönig wartet Voller Freude auf dich Gott Ich Ich Auch nicht das der quittet Gott Ich meine Dass das jetzt so lange gedauert hat Aber ich war so umsicher. Aura. Geil. Seht nur, der Sieg ist unser. Ja, irgendwie haben wir es geschafft. Ja, irgendwie trifft es gut. Da waren wir noch drei Trudel, die ist mir jetzt egal. Ich frage mich, ob auch alle anderen in Ordnung sind. Erika? Habt ihr eure Antwort gefunden? Ja. Vielen Dank, L. Archie. Ihre Worte haben mich geleitet. Meine Worte? Das war doch gar nichts. Kommt, wir sollten den Heiligen Stein finden, wenn er zerstört wird. L. Archie? Ihr Gesicht ist zu erwötet. Stimmt etwas nicht? Nein, es ist nichts. Rein gar nichts. Puh. Ich halte ihn hier in meiner Hand. Er steigt vom Rausten. Sein körperreicher Schein passt zur meinen Zeit. Stimmt ihr nicht auch? Das ist er. Der letzte. Der letzte verbleibende heilige Stein. In der Tat. Und der Zeitpunkt, den den Ohrenkönig zu besiegen, rückt immer näher. Wir sollten nun gehen. Wir müssen handeln, bevor diese Kreaturen sich noch weiter ausbreiten. Ja, wir sollten uns beeilen. Das Gift verbreitet sich. Es wird sogar noch stärker. Wohin? In den düsteren Wald. Weil der Monkönig Angst fiel. Puh. Das ist schon. Herr Arjun. Musst du dann sobald wieder abreisen. Du bist eben der zurückgekehrt. Und schon musst du wieder gehen. Onkel. Das Bild zu bezwingen ist der höchste Ruf, dem ich folgen kann. Äh, äh. Natürlich, meine Liebe. Es ist eine göttliche Berufung, aber ihr müsst euch nicht sorgen, Onkel. Immerhin bin ich nicht auf mich allein gestellt. Ich habe meine Freunde. Ich verstehe. Du wolltest wahrlich gesegnet, älter Arjun. Gesegnet mit vielen guten Freunden. Das bin ich in der Tat, Onkel. Im Gegenzug sind auch sie mit mir gesegnet. Heh. Lebt wohl, Onkel. Und ich werde ich werde ich werde zurückkommen. Sobald das Böse vertrieben wurde. Werden wir alle sicher und wohl behalten zurückkehren. Wartet nicht zu schnell. Ich habe etwas, was ich Prinzessin Eirika zu geschenkt machen will. Für mich eure Heiligkeit? Ja, Prinzessin, ich möchte, dass ihr diese Gabe annehmt. Was ist das? Und sind das nicht die heiligen Zwillinge von Rausten? Das ist richtig, liebe Nichte. Dies sind die Waffen von Sankt Latano, der heilige Vater von Rausten. Hier haben wir den glorreichen Ivaldi und sein Zwilling, den göttlichen Stab von Latona. Auch ich bin gern bereit, euch eure Streitkraft zu unterstützen, um sie zu bewaffnen und nicht hungern zu lassen. Denn es gilt noch viel zu tun, bevor ihr diese Halle verlasst. Ivaldi, yay. Und die Nein, doch shit, sie werden so weggeschickt, OZ-Tausend-Gült. Sind also die heiligen Rikikwien, das gesegnete Lothana, ist das dann erlaubt? Ich kenne das Gesetz, El Arche. Rikikwiene dürfen den Tempel niemals verlassen, mit Ausnahme der selten stattfindenden Aufstiegszeremonie. Aber ich glaube, wenn die Welt der Rettung bedarf, können wir da durchaus eine Ausnahme machen. Das ist mein Onkel. Natürlich werdet ihr sie zurückbringen, weil ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Ich möchte, dass ihr darauf ein ein leistet. Natürlich, ihr habt mein Wort. Wir werden wohlbehalten zurückkehren und eure Äquiklinen zurückgeben. der düster Wald ist nunmehr das Zuhause von nichts anderen als Dämonen gezüchtet. Ich hörte bereits, dass niemand, der sein Grenzen überschreitet, jemals wieder herauskommt. Sollten unsere Vorräte in der Stadt aufhören, bevor wir abreisen? Ja, wir müssen uns vorbereiten, so gut es geht, bevor wir ausziehen. Ich möchte unser Leben nicht der Unbesonnenheit preisgeben. Prinz in der Larche. Mein geliebter Landesleute, die Schlacht war wild, doch ihr habt den Palast ehrenvoll beschützt. Ja, die zwei, die vergiftet wurden, haben am Ende noch überlebt. Noch mehr? Weiß ich gerade nicht. Okay, für die beiden. Die tapferen Ritter von Rausten werden in Geschichten und Liedern weiterleben. Wir danken euch, M'Lady, wie immer war es uns eigen Ehre euch zu dienen. Prinz Eirika, bevor ihr geht, nehmt dieses Schwert. Wir beten für ihre beidige und sichere Rückkehr. Ich weiß ihr Geschenk zu schätzen. Ich schwöre, dass ich nicht zulassen werde, dass eure Tapferkeit verschwendet war. Lange die Rechtschaffenheit der Gerechtigkeit unserer Herzen erfüllt, wie könnten wir da verlieren? Männer, ich bitte euch, auf meinen Onkel Acht zu geben. Ihr habt unserem Wort, Melody, im Namen von Recht und Ordnung. Ich klick auf. Schick. Okay, englisch. Der düster Wald, was wie ein Tempel aussieht. Wo geht's da hin? Ah. Ah, nee, das ist düster Wald, glaube ich. das ist die Ruinen, ah, diese Ruinen, okay. Ah, ich habe eine Püste, okay. Tickets, sein, zurück. Okay. Okay, okay, okay. so lange ist der Part jetzt. Jetzt bin ich recht umsicher, aber ich glaube, wir sind überschritten, oder? Okay, Moment. Moment. Ich kann erstmal betreten, Moment. mal gucken. Wollen wir mal gucken. Okay, schöne Sachen. Wollen wir nochmal einladen? Ich glaube, den Geheimladen können wir später nochmal wieder besuchen, indem wir das Spiel, glaube ich, beendet haben. Oder warte mal. Brauche ich dafür oder muss ich... ne. Weit, ein bisschen. Ne, ne, schon gut. Äh, Items, äh, Moment. Ich wollte das vergete. Das ist weg. Und, äh, du, denkst du, die Glinde wieder. Ich habe ja auch noch ein Schwert. Na, wir haben schöne Sachen nochmal bekommen, die wirklich kurz nochmal ein bisschen weggeben. Musik jetzt, ey. Ist irgendwie episch. Kormak. Muss ich noch irgendwas Gäldes nehmen? Das kannst du hier immer noch nicht benutzen. Na gut, dann eben nicht. Die Kriegerlands benutzen. Halt. Vielleicht hast du keine Heilung bei dir. Ups. Dann. Ach komm, leg mal die Stahllands ab und ich nehme da für die Kriegerlands mit. Und jetzt haben wir eine Heilung. So. ich bin nicht mehr weg. Ich sehe das aber schlecht. Vielleicht kann ich noch welche einkaufen. Ähm, ne, 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 ne. Ähm. Du kannst nicht so Heilige Magie nehmen, sonst ist still fest. Kannst du irgendwelche heilige Dinger nehmen? Aber mal, äh, kommt dann nochmal weg. Irgendwie Heilige Magie. Oh, ich kann es nur das Gewitter nehmen. Weil die Aura da man schon Dinger bekommen. Hier mal Gewitter geben. Hm, bin mir sicher. Gewitter Kalibur kann ich auch nicht aufheben. Ja, das hebe ich auf, oder? Ich klärb auf. Und dann auch wieder. Äh, kann ich nichts Heiliges nehmen? Ne, ich klärb nicht. Äh, Vanessa, kannst du irgendwie das Heilmitte hier ab Speer auch nicht nehmen. Äh, gut, hier kannst du Heilmitte wieder haben, aber eins mit drei. Wart mal, Tana, wo bist du? Da, du kannst bestimmt hier irgendwas Heiliges nehmen. Heilige Lanze. Nicht. Muss ich das denn verstehen? Deine aber hier warte. Natascha, du kannst aber was Heiliges nehmen. Äh, ich lern's mal weg. Auch nicht. Okay, ich glaube, dass wir irgendwann in diesem Display sehen werden, diese Magie. Ja, gut, dann eben nicht. Obwohl, ja, du bist mit Angriffsmagie auch noch nicht so stark. Ich habe hier irgendjemand mit hoher Lichtmagie. Arthur vielleicht. benutzen. wird das vielleicht benutzen. Aber Bier, Leute, das lassen wir mal. Erstmal. Ich gucke mal vielleicht offscreen irgendwann mal oder irgendwann bald mal, ob wir irgendjemandem noch heilige Waffen geben könnten. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal diesen Part. Der ist wahrscheinlich mega lang, aber was soll's. Ich hoffe, ihr hat uns Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Oh Gott, war diese Mission schlimm. Ich bin froh, dass sie vorbei ist. Ja. Wie gesagt, ich rüste offscreen dann aus. Auch für Kriegerwaffen vielleicht. Komm, ich hatte schon eine. Den Rest mache ich offscreen. Also, ciao und bis dahin.